Kanal, mein Name ist Mekko und wir spielen heute wieder Baldur's Gate 3. In der letzten Folge haben wir ja eigentlich ein bisschen Shopping betrieben, denn wir haben hier bei der Dame in diesen Schatten landen, haben wir ordentlich eingekauft und ich bin mir nicht sicher, aber ich hoffe, dass wir jetzt um einige stärker werden. Will braucht noch sein Stäbchen, sein neues, guck mal hier, gegen Feuerschaden, gewährt Resistenz gegen Feuerschaden. Und der kann jetzt einfach Feuerpfeil und Feuerball übel. Voll heftig. Hier, William Shatner. So, man muss trotzdem wieder auf Fackel umstellen erstmal. Dabei. Bleib einfach in der Nähe von ihr, dann sollte dir auch nichts passieren. Ne? Oder? Sehe ich das falsch? So, die hat jetzt auch alles so, wie es sein soll. Bei dir gibt es nichts Neues. Ich habe ein paar neue Handschuhe, wo ich mir nicht sicher bin, ob ich sie anziehen kann. Oder soll. Aber wir schauen mal. Wir schauen einfach mal. So, jetzt schauen wir uns erstmal um. Hier sind ganz schön viele Leute. Hier sind wirklich ganz schön viele Leute unterwegs. Viel am rumtummeln, viel am machen, viel am tun. Ich brauche jemanden, der springen kann. Wo? Äh. Irgendwann wieder runter. Dafür verlierst du jetzt Lebenspunkte, aber hochspringen nicht, ne? So ein Scheiß. Da kann man einfach hochklettern. Auch okay. Ich habe nämlich gesehen, dass hier ein Buch liegt. Oh, ich muss niesen. Oh Mann, danke. So, dieser Kapitel hebt sich von den anderen in diesem Werk durch wunderschöne kleine Bilder und künstlerische Darstellungen der beschriebenen Ereignisse ab. Ein Auszug. In dieser Zeit der zertrümmerten Bündnisse zwischen Eltengöttern und nachdem ihr die Bewunderung der Schadakai-Elfen sich war, äh, sicher war, trug die Frau ihren Anhänger auf, sie zur Göttin zu erheben. Tut es, dann stelle ich eurem zerstörten Pantheon wieder her, sagt sie. Tut es, dann mache ich alles wieder süß und synchron. Sie taten es bis auf die Abweichler in ihren glühenden Gemeinden, die während des Rituals des göttlichen Aufstiegs versuchten, die Frau der Macht zu entreißen. Im entscheidenden Augenblick zerriss sie dieser Abweichler. Das Ritual war unwiederbringlich zergestört worden und die Königin und ihre Schadakai wurden durch die Ebenen geschleudert und landeten in dem unheimlichen und grausamen Reichwerter Schattenfell genannt wird. Die Reise tötete sie, doch aus der verderbten Asche erhob sie sich wieder. Eine Königin mit beiden Augen und mit ihren dienenden Fögel so dunkel wie ihre Ambition. So wurde die Rabenkönigin geboren, die Herrin überleben und tot. Das klingt nicht gut. Aha. Na dann. Gehen wir mal rein. Dunkelmaul der Böse. Scheinbar bekannt. Oh, nee, das ist nicht er. Sie. Gehen wir mal rein. Gehen wir mal rein. Warte, bist du Karlak? Viele von uns waren in Avernus. Wir sehen uns, dass du kämpfst. Du warst so gut. Well, ich, äh, ja, ich glaube, ich war. Ich meine, du solltest du kämpfst für die Dämonen, wenn du kannst. Aber wenn du nicht, du kannst, hilft, dass du einen guten richtigen Huch. Ich sehe, du hast einen Morddemon in zwei Hits. Bam, bam, wir waren alle, wie, wow! Ever gehört von der Bläde der Frontier, kid? Wenn du magst der Monster-Smaschung, du kannst du ein Fan von seiner Arbeit. Wer ist das? Ein schönes Typ. Er war nicht in der Blood-Ware, aber das ist nicht hier, sondern da. Das ist wahr. Aber er wurde niemals getrennt von einem Dämonen. Er, huh? Sorry, kid. Look, forget about us begrudges and bruises. Von der Look of Things, you've got your wits about you. A clever mind and a bit of style will take you a long way. Fight with those, and you may find you never need to use your fists at all. In that case, want to buy a lucky ring I found? Ha! Nice try, Shorty. Keep it up, though, and you'll be scamming with the Greats in no time. Zu den großen Gaunern, äh, zu den großen unter den Gaunern. Was ist denn das für ein Ratschlag? Sorry, Soldier, but I didn't ask for your two Coppers. The advice I give a teeth kid from the coast is between me and them. Last, lights! Check it out! We've gone legitimate and Mole put me in charge. What do you need? Hm. Hm, 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 hm. Entschuldigung. Was hast du denn so für besondere Kunden, äh, für besondere Kunden wie mich? Hm. Moe sagt, ich kann ihn haben. Alter. Lucky, lucky, lucky. Hä? Doch, das sagt sie wohl. Ach, komm. Lucky, lucky, lucky. Ich will den Schlüssel. Ich will ihn dir abkaufen. Ich will ihn dir abkaufen. Hm. Keine Chance, das ist zu viel. Wer sieht mich denn hier? Ihr sieht mich doch kein Schwein. War's nicht so, ich bin ganz sicher. Ich werde auf jeden Fall sein. Softer als ein Whisper. Lebge ich beherrn. Ich werde auf jeden Fall sein. Wird ruhig. Beide. Geh mit ihr. Wird auf. Die Lieblingsbericht der Schuss. Die Lieblingsbericht der Schuss. Hier, genau hier! Habe ich ihn jetzt geklaut? Hä? Was haben wir denn da? Warte, warum bin ich denn nur so kurz unsichtbar? So ein Kack. Wird die betrogen? Ja, ja, ja. Das muss echt keiner verstehen, warum er das so tut, wie er es tut. Als würde man einer gestrandeten Flur nachzusehen, wie sie zurück ins Meer hüpft. Das wird keine Liebesromancer, das könnt ihr voll vergessen. Ich würde nicht wollen, mein neuer Partner zu verlieren. Äh. Ich werde gewiss besser irgendwann. Ein neuer Partner? Und wer wäre das? Nein. Tanz, aber es gibt doch keine Musik. Ah, Bruder, ich bin nicht interessiert, Will. Es tut mir leid. Ich denke, wir sollen ins Bett gehen. Ja, Bruder, tu mir leid, Alter. Wir können freundschaftlich tanzen, aber das wird hier eine Gay Parade gerade. Da habe ich gar keine Lust drauf. Da bin ich raus. Und nein, das ist nicht schwulenfeindlich oder sonst was. Ich bin einfach nicht schwul. Punkt. Und nein, er wollte nicht einfach nur so mit mir tanzen. Das wisst ihr auch selber. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Aber diesmal klauen wir direkt. Alter, es hat ja nichts mit Diebstahl zu tun hier. Das war nicht rot, also ist es auch kein Diebstahl. Punkt. Lesen. Der Eingang zur Stadt wird durch einen mächtigen Fluch blockiert. Mondaufgang, ein Knotenpunkt. Das Lasterbeschung, Ohrhat, Angriff. Aha. Habe Drink. Oh, mein Gott. Tja, Prost. Motiv erkennen, ihren Blick ungerührt erwidern, während du ihre Körpersprache beobachtest. Zwei Einsen. What? Auf eure geschätzt Gesundheit. Entschuldigt meine Freundin Kalach. Sie ist nur aufgeregt, euch kennenzulernen. Auf eure geschätzte Gesundheit. Sie sind nur aufgeregt, wenn sie ihre Körpersprache beobachtest. Sie sind nur aufgeregt, wenn sie ihre Körpersprache beobachtest. Sie sind nur aufgeregt, wenn sie ihre Körpersprache beobachtest. Ich spreche von Erfahrung. Ich spreche von Erfahrung. Es ist ein Heir über dich. Sie sind nur aufgeregt, aber ich widerstehe seinen Versuchungen. Ich bin nur aufgeregt, dass der Parasite auf dich hat, aber irgendwie kannst du nicht. Ich bin nur aufgeregt, dass ihr Schreiber verletzt. Jaheira sieht deine Verrückte und ihre Augen schlafen. Es ist der Wein. Ich habe eine Herbe in deine Körpersprache, die schrecklich ist. Sie sind nur aufgeregt. Sie sind nur aufgeregt, dass du ein Geistprache bist. Sie sind guter Mann, guter Frau. Sie sind hier, zwei Meter in der Körpersprache. Wenn wir überwarten, habe ich keine Wahl, aber zu glauben. Ich kann es nicht? Also, du hast mich jetzt einmal schon gewurzelt und du hast mich auch noch mit Kräutern versehen. Vertrauen ist irrelevant. Ich erledige leider meine Arbeit. Mehr müsst ihr nicht wissen. Naja, ihr könnt mir vertrauen. Ich euch nicht. Weil ich selbst dein Herz überrasse, wenn du es verletzt hast. Ich habe alle Reise, um sich anzuhören. Ich habe Menschen wie du. Menschen mit Parasiten in ihrem Gehirn. All the way here from Baldur's Gate. Der Kult des Absolutes ist durch die Stadt. Ich habe schon andere hier im Spiel für weniger getötet. Für viel weniger. Okay? Wenn er zurückgekehrt ist, habt ihr ihn beim ersten Mal vielleicht nicht hart genug getroffen. Wer war? Ist er? Ja. 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 Ich kann ihn töten. Ja. 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 Mh, mh. Hey, Maul. Warte mal. Ist das nicht der Teufel? Kalimshan rules, dear. The first piece touched is the first piece moved. That's garbage! No matter where the night goes, I'm gonna lose it! Then make the sacrifice useful. Guard your mistress or come for my Sirik. Look who made it! For once, I saved your butt out there, didn't I? We're square now, Chief. Say, do you play Lance Ball by any chance? It's my first time playing. The keen gleam in Mauls eyes reveals the lie. She knows the game well. And she wants to win. Das Spiel mit etwas Fingerfertigkeit sinken. How's that for Kalimshan rules? Bravo! Lovely work. I see I was right to make you the offer I did. You will consider it, won't you? What a lovely specimen she is. A blushing apple begging to be plucked. She cheated of course, but that's half her charm. And the other half? My favorite kind. Ambition. But don't you worry about Maul. It goes without saying, she still has the unconditional freedom to choose the only option she has left. Besides, I do enjoy being in this neighborhood again. It has such a rich history of abject tragedy. And tragedy, my friend. Haha. Well, there's my bread and bloody butter. Was is denn die Geschichte von Tragödien? Was, was? Was is denn die Geschichte von Tragödien in dieser Gegend? Haltet euch gefälligst von Maul fern, klar? She won. She has a taste for it now. She'll be the one who comes to me. But enough about my lesser pursuit. Why bother with trifles, when I'm in the illustrious presence of my very favorite client. Tell me, oh apple of my eye, how have you been? You don't have any gills to get green around yet, but you do look a little worse for wear in this light. If you have any solutions to offer, I'm very sure. Do you know? It's never better. So great. And yet I have this picture in my head of you tossing and turning in the middle of the night, thinking strange things. Dreaming, strange dreams. And there's this little voice inside of you asking, is this my will or is it the worms? but you have no answer and no way of knowing. The good thing is though, there is only one little voice you really should listen to. Mine. Nein. See you soon. Oh man, dude. I think we will have to talk about Moll again. So she leaves the fingers from him. Moll is dickköpfig. When she decided to do it with Raphael, she will let her nothing from it. She's stubborn, yes. Bold as a lamb cavorting in a lion's den. But as ambitious as she is, Moll is no fool. One way or another, she'll see there's no winning Raphaels game. And she'll walk away. Hoffentlich habt ihr recht. Um ihres Willen. You've seen what happens when a bound soul reaches for freedom. I can't imagine what cruel penance Moll would pay if she were ever to resist that fell bastard. Moll, we müssen reden. Du musst dich von Raphael fernhalten. Seine Angebote sind Gift. Von mir aus geht auf den Handel ein kleiner. Aber ich kann nur empfehlen, ihn ein bisschen zappeln zu lassen. Überzeugen Raphael ist ein echter leibhaftiger Teufel. Und du und deine Seele sind in Gefahr, Moll. Was genau hat er dir angeboten? Ich habe keinen Pakt vergeschlossen. Er versucht nur mich rumzukriegen. Ah. Können sie nochmal überzeugen. Oh. Glück gehabt, ha? Glaub mir, es mag gut klingen, aber das ist es nicht. Was ist denn mit dem aktuellen Anführer? Ja. Ich weiß nicht. Was ist das? Was ist das? Ich kann meine Kinder sicher sein. Alle anderen haben ihn verletzt. Aber ich werde nicht. Schau, du hast uns geschaut. Nicht das. Aber nachdem du zugehst, Zevlor verloren hat. Gave auf den Kampf. Ich werde nicht. Jetzt gibt es keine grove. Keine. 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 Ich werde nicht meine Crew get eaten by Shadows. Vielleicht werde ich ein Problem. Ich werde nicht mehr mit mir. Okay. Ich werde nicht mehr mit mir. Ich habe mal perfume, das habe ich gewohnt. Passiviert reden. Los comes in. Der ist weg. Das wir gerne machen hier? Damalsam schaminz ist. Nichtsist zu lange. Deineان. Jesus. Bei mình sind dienisse. Das für could also hat mich auch Cayb soellaar oder people in. Wir parking125 von den Schra teenage und ziehen können. Ach maaaannn. Hört doch auf, mir immer in meinen Klick zu rennen, ey. So, Bells Zimmer, aber sie ist nicht da, Büste von Ketheric. Seloniten-Amulett. Kleine Halskette aus Silber getragen von Anhängern der Selon... Selon. Sie ist mit sieben Stücken Isolit verziert, einem blauen Edelstein, der zur Navigation auf See verwendet wird. Isabels Tagebuch. Seit meiner Rückkehr trage ich einen grauenhoften Schmutz in mir. Ich spüre ihn in meinen Lungen. Ich kann ihn nicht loswerden. Er wird nie wieder herauskommen. Dieser Tod, der in meinem Inneren stinkt, macht manche Dinge... Manche Dinge kann ich nicht einmal... Was? Manche Dinge kann nicht einmal die Mondmeid heilen. Manche Dinge würden sie in ihren Anhängern niemals dulden. Ich hätte nie zurückkehren sollen. Aber wo soll sie sein? Sie ist nicht da. Schuhe mit zäher Sohle. Sie sahen irgendwie besonders aus. Ich weiß auch nicht. Ich bescheide mich nur noch aus. Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich habe gehört, ihr seid die Beschützerin dieses Gasthauses, die Bannerin der Schatten Ich habe und unsere Frau, die wir tun können, um die line zu halten Ich höre, ihr und ihr Tadpole werden unsere Offense Free von der Absolute's influence Yet able to walk among cultists It's almost too good to be true But I'd be a poor cleric indeed, not to avail of a blessing When I see one Let me guess Jahira sent you to beg a protection spell Off her favorite cleric It hurts Perfect It'll make you immune to the lesser effects of the Shadow Curse Which will get you closer to the Towers But there are places it won't help Places where the Curse is darker, stronger The cultists are able to traverse even the deepest shadows though I don't know how The Harpers are trying to figure it out Saloonite magic Dark lady forgive me Good nose Like a nasty little terrier Thank you Should I do have to know something else before I break up? Ketheric is a frightening man But you have something he doesn't Allies worth having While you're busy in the towers, I'll be sure to Wait Do you hear that? Something's wrong Um Hello, Isabel Marcus Is that you? What's happened to you? I've been blessed You can be too Come with me And you can hear all about it from Ketheric himself Uh Kennt ihr diesen Mann? He's a flaming fist Was Came with the others when we created this haven And I thank you for your hospitality Choose so My instructions are clear Take the girl to Ketheric Alive Seien Gedanken nach weiteren Informationen suchen A haunting face swims into your mind's eye Its instructions vivid in your mind What's going on? If you have something to say Say it Marcus Marcus will you Entführen Isabel Diesmal Müssen wir uns Den Weg Freikämpfen Was los hier deine Chicken Wings Oder was? Moon Maiden, guide my hand. Wo willst du hin? Du kriegst direkt den höllischen Tadel, oder? Wie viel haben wir denn? Vielleicht brauchen wir es. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, plus R. Nicht reagieren. Pass mal auf, mein Liebster. Ich habe hier was. Das wird dir nicht gefallen. Wenn du verstehst, wie ich meine. Hier kommen Dämonen. Hier kommen überall Dämonen. Sie ist fast tot. Wir müssen die gleich retten. Oder heilen. Viel mehr. Was mit euch? Kampfrausch. Weg mit euch, ihr Messviecher. Müsst euch hier hinstellen. Bin ich mal gespannt, was du für ein Damage machst. Oha! Oha! Okay. Äh, was ist das? Ich werde sie erstmal heilen. Okay, mit Stufe 4 Zauber. Heilige Flamme auf dich. Auf dich. Ah, der hat mehr Leben. Hödel, was ist mit dir? Darfst du auch irgendwann angreifen? Also, ich würde gerne die hier treffen, aber so, dass ich nicht die anderen verletze. Verstehst du? So einfach läuft das. Nein. Ach, sei doch keine dumme Nuss, Alter. Da hast du ordentlich kassiert, hä? Komm, verpass' ihm. Wohin willst du? Du tötest sie nicht, ich schwöre dir. Bei allem, was mir heilig ist. Du tötest sie nicht. So willst du jetzt hinten rumrennen, ja? Vollidiot. Du hast richtig eine gescheppert. Hä? viel Schlag. Was los? Da waren die Würfel nicht schnell genug. Richtig so, gib ihm. So. Und wir werden nochmal heilen. Können zwar jetzt nur in Stufe 3 Heal machen, aber wir werden sie nochmal heilen. Du Vogel. Boah. Auch ein nicer Zauber. Tch, 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 tch. Was ist gar nicht mehr gefroren, das ist jetzt feucht. Bis hierhin. Und dann jumpst du. Jetzt bin ich. Nebelschritt dahin. Es ist nur noch der eine, ne? Ne, da hinten ist auch noch irgendwo einer. Ja, Mann. Damit. Oha. Das ist einfach ein Panther. Die kann grad gar nichts machen, einfach. Und tot. Sehr gut. Sehr gut gemacht, Freunde. Lass mich den erstmal hier plündern. Ja. 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 Genau. Markus sagte mir, Catherine will euch lebendig willkommen. Warum? Warum? Ja. 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 Da mit. Großer Knippel plus eins. Plattenpanzerrüstung. Oh, ich hab' den Ring mir jetzt gar nicht angeguckt. Ring des veränderten Körpers. Unsichtbar. Verschwimmen. Bitteschön. Du brauchst doch noch keinen schönen Ring. Scheiß Dämonen. Ist ja Moll entführt. Nix, ihr bleibt hier, ihr Idioten. Moll würde das machen für einen von uns. Du kennst es. Aber wie wir in die Moonrise kommen? Wir können nicht gegen die Schäden. Wir können. Ich habe diese Harpies gewonnen. Und sie sind viel schmerziger als Schäden. Ihr bleibt da. Ich hole Moll nach Hause. Du sagst mir erst mal, Alter, wer hebt denn? Wer macht denn die ganze Pfütze jetzt hier weg? Du hast doch einen Schlüssel erwähnt, oder? Ich will ihn dir abkaufen. Du hast gar keine Schlüssel mehr, du kleine Pistoletsche. Bleibt mir einfach so aus. Den nehmen wir mit. Das ist eine Angel? Der Träger dieser Angel kann nicht überrascht werden, sofern nichts Unerwartetes geschieht. So, da bin ich wieder. Und, ja, wir machen jetzt eh einen Cut. Also, er hat jetzt auch nichts Besonderes da. Der unbegrenzten Wünsche, der Ameisenresistenz, der Lekinesus. An diesem Kupferring ist ein Stück Angelschnur geknotet, an welcher ein kleiner Kiesel hängt. Dem Ring fehlt der Edelstein. Vielleicht ist der Stein auch nur sehr unsichtbar. Ja, das hatten wir schon mal. Okay, was haben wir hier? Was kostet der? Kann ich wenigstens nochmal gucken, ob ich das lesen kann, ob sich das lohnt. Hat nichts gebracht. Muss ich die anziehen? Okay, ich kann nicht überrascht werden, solange ich die Angel bei mir habe. Das war auch wieder sehr kurios. Aber okay. Den Umgang kriegst natürlich du, wenn sich der Träger zurückzieht. Genau, wenn du mal rausgehst aus dem Kampf. Oha, der sieht ja schon wieder krass aus. So, wir machen einen Cut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.